Weil der Traum für dich jetzt sein hat, ne? Mhm. Kannst du... Raketen für mich in den Rucksack packen? Was, ich? Nein, er oben. Och! Einer neben mir! Einer neben mir! Ich geh dauerne... Na, what the fuck, wie schlecht ist der? Wie schlecht der war! Alter, das kann's doch nicht in deinem Ernst sein, oder? Guck mal, wie er sich dreht. Ich komm wieder zum Turm. Ja, du bist zu spät dran. Du hast versagt, wieder mal. Ne, ich hab den Ghost Talk ausgeschaltet. Das bringt uns im Turm leider gar nix. Doch, wenn der Captain da bleibt, kann ich ihn reviven. Du bist hier noch gar nicht tot, der liegt da oben afg. Er ist tot. Hm? Hm. Du hättest doch einfach mal kommen können, wie wir gesagt haben, wir brauchen Hilfe. Kommt ein Ifrit? Der hält unten am Turm, da schieß ich Granaten hin. Zwei Ifrits. Ein? Ähm, Morato, guck mal da links. Was ist links? Hm. Es geht ein Helikopter rum. Ich weiß, ich seh's. Jemand ist so blöd von unserem Spawn aus, mit einem Helikopter auf unseren Sniperberg zu gucken. Hab noch einen. Okay, ich komm jetzt den Turm hoch. Du hast von uns gesmoked oder was? Nein, nein, zwei Ifrits haben unten angehalten. Zwei ist geplant, Lolo. Ja. Ich hab genau gewusst, wie hoch diese Spitzen von den Steinen sind. Drei Gegner. Vier Gegner. Dass man über die Steine rüberfahren kann, weißt du auch, ne? Ha? Vier Gegner dauer. Dann musst du auch, dass man über diese Steine rüberfahren kann, das wusstest du ja auch, ne? Alter, ah, ich hab ihn auch, ne, doch, ich hab ihn auch noch raus. Du hast den. Du hast den. Reinhardt, Revive. Hab erstmal einen Gegner getötet. Jetzt kommt der Revive. Ja komm, jetzt Revive mal. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Wir liegen beide in Deckung. Ich bin schon auf dem Weg. Der ist immer noch direkt auf meiner Leiche. Hab ne Granate hingeworfen. Sollte reichen, um ihn zu töten. Hab ihn. Hab ihn. Nein, der fährt nirgendwo hin, das sag ich dir. Schieß mal mit der normalen auf, vielleicht triffst du den roten. Weingar, er hängt fest. Oh, oh, was macht er? Oh, shit. Tricky, tricky bastard. Ich hab ihn. Komm, lass uns abdrehen. Alter, ich wollte auf den Schützen rausschießen. Eine Frage, hast du auf der voll sieben Ammonie, wenn du spawnst damit? Klar. Wie viel? Ähm, mit einem Operk hast du vier Magazine insgesamt. Nicht schlecht. Ohne Ammo wahrscheinlich nur die Hälfte. Hab ihn. O. Nein, ein. Nein, eine. Nein, ein, ein. Ah, jetzt. Oh. hoch landet doch gerade ein heli irgendwo surprise da war ich danke ja hier bei mir landet ein feind heli ist gelandet hat leute rausgelassen vor mir an oh ja ich sehe es tatsache die haben sogar noch dinge auto der fährt denn um oder hab ihn ja strada ist davon aber du hast das auto nicht erwischt nein aber ich habe den typen erwischt der dahinter gelaufen ist so er hat zwei reifen weniger auf dem kran genau wo war die auf dem kran wow er gibt mir auch ein handy oder was wir sind zwei mal getroffen mich kann dein art reviven ich bin relativ safe war der das nein wer ist auf so einem kran ich sehe den an ich sehe hier noch einen warte hab noch einen komm her mein freund jetzt habe ich den oh ja you are busted bitch die steile rausspringen enterhaken übernehmen oh shit bitte sag mir dass ich jetzt zwei knutzen gegner an vielleicht sollte ich auch die granate wieder wechseln bevor ich eine werfe ja aber ich werde geschossen von ganz woanders ich muss mal kurz kacken gehen vor mir ist ein gegner vor mir an der hausecke achten granate ja ich habe auch eine geworfen ich stürme vor ich weiß wo der ist ich sehe ihn hab ihn ok da hinten äh hinter der factory da lander ist der da kaputt gemacht ja ich komme auch gleich wieder jetzt mich gleich mal auf die factory oder so irgendwie so ich bin unterm turm ich smoke das erste mal du willst ein rpg-tub kann mal kaufen und ich smoke das zweite mal und lauf hoch was hat er für eine kaffe reich nur mein atelier ja was der flimmer war da mitte des komplexes bei so einer weltbläckhütte weil in troli sind dann die taunten rechts kommt immer der kopf oben drauf oh neben mir stell dich in richtung treppe hin dann hast du ja auch nicht getroffen auf dem dinge oben drauf deine hat war der da ist der da ist der da oder war der da ja klar der hat auf mich geschossen ok da oben direkt an den anderen leiter ich weiß wie ich das mache hab ihn und daabi das bleibt das geht nur die für die Ordnung bei auch das ist das die die in die die